Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei CFM DSOD. Wir gehen dann mal gleich ins Haus. Ich habe mal ganz kurz neu gestartet. Kurz einen kurzen Weg rein finden. Ja. Ja. Wie du riecht schaue? Keine Ahnung. Was könnte sowas für Ursachen, ne? Ja. Das ist wieder enttäuschend, wenn man so findet, ne? Bist belastet. Das ist zu hart. Das ist noch her, denn wie hart. Mh. Mal gucken, ob man eine Picke findet. Das wird besser. Wann soll ich da den Weg freimachen, dann kommen wir auch gerade stehen, dann kommen wir auch hochspringen. So. Maschinengewehr nehmen lieber, ne? Mann, ist das enttäuschend. Das ist schön. Hier ist Treppe. Naja. Das ist gut. Unsafe Das war ein komischer Raum Wieso ist jetzt hier verschlossen? Gut, wir sind schmort statt nur Steine So ein merkwürdig Rauch Gitter davor Eingemauert Keil Tügel Mal schauen, ob da drin ist Ne Außer jetzt, bis es ein Synchron ist Ich habe glaube ich einen Fehler gefunden Gitter Tatsächlich, keine Tür Und da will ich rein Zum Glück brauchen wir keinen Die Gleise seiten Warten wir ja keinen Diebe hier, ne? Naja Ja Ja Ich meine, gut, die sind ja auch nicht mehr wert Also Also He Blauen Holz Vertiefelt Ich bin erschrocken Verwende ich eigentlich nicht Verwende ich eigentlich nicht Zerlegen Zerlegen Die können wir ja zerlegen, ne? Btu Oder so ein Fümpfer Warte, Schlange ist voll So, Höhe geht's Und jetzt sehen wir noch eine Tür Treppe Glauben des Wissens Na gut So, muss den Moped gehen Entladen, ne? Ich bin von diesem Gebäude eigentlich enttäuscht Mal aufpassen, wenn keiner im Weg läuft hier So Blei raus Klippe raus Kohle raus Lede raus Gärtenhalte raus Kampfanzug oben Ah, okay So Okay, yeah Nachher ist der Zückung hier Nein Mächtige Pumps gemacht hier glaube ich Einkaufszentrum Waffengeschäft Mal mal leise anklopfen hier Bumps Das ist die Tür offen, Mensch. So bekannt vor, manchmal hier? Leer, manchmal hier. Den brauch ich nicht bleiben. Dann waren wir schon mal gewesen, wenn leer ist. Gut, dann haben wir die Diesel. Das ist ja was gewohnt. das wäre was gewohren Magazinkart leer und dann den Hohen zu sich locken Geh doch mal links Kino 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 Meistens dabei Na depp man nicht, aber da habe ich ein paar andere Teile Trunkte Teile ist aber gut Die Teile hier oben meist auch geiler, muss man aufpassen mehr sehen, hoffe ich jedenfalls Klimaanlage drin sein könnte, muss doch hier was da sein schwach Bonus Blei, bin noch nicht alleine Er hat sich währenddien auch nicht bewegt, wovor ich zielen wollte Gibt's doch gar nicht, ne? Kein Messer Also einmal schon Einmal schon Geigen Geigen Enttäuscht Naja Die Ausbeute ist ein bisschen dürftig, gebe ich halt zu Ja super Kiste Tief Musik Tief 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 Gut, da war es schon mal gewesen. Tja. bin ja neugierig bin voll gut munition ist gut nichts dahinter nichts dahinter kein erfolg ab wasser brauchen wir keins so das soll es für heute gewesen sein wir schauen mal tschüss und winke winke tschau